Freunde, im heutigen Video machen wir dir nur ein Loot Drop Challenge, das heißt wir dürfen nur mit der Waffe aus dem Loot Drop spielen und müssen damit die Runde gewinnen. Sachen, die auf dem Boden liegen, wie Munition oder Heilung, dürfen wir aber weiterhin benutzen. Die Challenge wird hart werden, also seid gespannt drauf, wie das Ganze ausgeht. Freunde, bevor das Video losgeht, möchte ich euch mal wieder eine richtig coole Aktion von meinem Partner Loot Boy vorstellen. Wenn ihr euch bis zum 1.6. ein 10er Pack Premium Loot Packs holt, dann bekommt ihr noch ein Premium Loot Pack hinzu. Mit der Chance auf PC Vollversion, wertvolle Diamanten und eine von 4 Battle Pass Sammelkarten garantiert. Wenn du 4 Sammelschatzkarten zusammen hast, schaltest du kostenlos den Battle Pass für die Season 3 frei. Die 10er Premium Loot Packs kannst du mit Echtgeld oder kostenlos, wie ich jetzt, mit Diamanten öffnen. Die kannst du über die Schatzkammer bekommen, indem du kostenlos Spiele herunterlädst. Und jetzt lass uns mal schauen, was wir so drin haben. Alles klar, im ersten Pack hab ich einfach mich drin. Und wir haben die erste Schatzkarte drin. Nice. Und noch 1000 B-Bucks, jetzt geht's ab. Kommen wir jetzt noch zum Bonus Pack und da haben wir einfach noch eine Schatzkarte drin. Okay Leute, 2 von 4 Sammelschatzkarten haben wir schon gefunden. Hier im Transfermarkt könnt ihr die Karten dann bis zum 3.6. gegen den Battle Pass eintauschen. Allgemein findet ihr 2 Sammelkarten über die Battle Royale Loot Packs und 2 über das Bonus Loot Pack. Wenn du jetzt auch was abstauben möchtest, dann check einfach den ersten Link in der Beschreibung ab. Die App kannst du kostenlos auf Android, iOS oder am PC downloaden. Und vergesst nicht den Code PRESEASON3 einzugeben. Mit dem bekommst du 5 Diamanten und 2000 Loot Coins geschenkt. Vielen Dank an Loot Boy für diese geile Aktion und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay Freunde, los geht's. Ich bin richtig gespannt auf, was wir gleich im ersten Loot Drop drin haben. Wir müssen jetzt einfach die Augen aufhalten und warten, dass einer kommt. Okay, das dauert irgendwie länger, als ich gedacht hätte. Oh Mann. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier runter, hoffen, dass hier Sachen rumliegen und wir ein paar Sachen finden. Nein, hier ist einer. Echt zum Kotzen. Das ist überhaupt nicht okay. Ich bin geliefert. Da war einer. Ich muss hier weg. Wir haben einfach immer noch nichts. Oh nein. Was geht jetzt ab? Was geht denn jetzt los? Was passiert hier gerade? Ich habe eigentlich nie Leck, aber jetzt? Ich habe Leck seinen Urgroßvater. Hey, das ist ein Biggie. Kann das mal bitte aufhören? Was machst du hier? Oh Leute. Was ist denn das für einer? Lass mich doch in Ruhe. Ich lecke. Wo ist der? Was war denn das für einer? Okay, es wird wieder schlimmer. Was soll man denn so machen? Okay, Freunde. Keine Panik. Ich leide mir nur kurz den Helikopter hier aus. Ihr habt ja hier noch einen. Ich komme auch nicht mehr wieder. Versprochen. Ich will nur die Drops haben. Das ist sogar einer. Ich hoffe, hier ist keiner. Okay, hier ist einer. Macht doch mein Heli nicht kaputt. Und er macht die kaputt. Sehr gut. Ich bin sowas von tot. Ich lagge. Ich habe keine Waffe. Und ich habe eine scheiß Angst. Reiser. Nein, geh doch weg. Er kommt näher. Warum weiß er das? Wieso? Wieso sind das zwei? Du hast mich immer an den Eier, ne? Der hat mich immer an den Eier, ne? Ich habe noch Duos an. Ich sehe mich nicht. Ich sehe mich nicht. Astrein, ich habe sie abgehängt. Wie sehen wir los, Freunde? Auf zum Loot Drop. Nur nicht umdrehen. Nein, sie wissen es. Sie wissen es. Gib uns eine gute Waffe. Komm schon. Nein. Das ist ein Raketenwerfer. Ey, das kann nicht wahr sein. Das Gute ist, dass die so doof sind. Die machen die aber absolut ernst. Gib mir doch eine Sekunde. Ja. Okay. Es war wieder drin. Es war wieder drin. Was soll man da machen? Was soll man da machen? Ich liebe diese Teile. Wer auch immer diese Teile reingebracht hat, der ist ein Genie. Was treibt der da? Wenn der nicht aufhört, fliege ich den gleich kaputt. Bleib stehen. Warte. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Der war irgendwie in einer anderen Welt unterwegs. Loot Drop. Wir brauchen jetzt einen Loot Drop. Da ist einer. Das wird unserer werden. Da ist diesmal nur einer. Ja, okay. Aber schaut mal jetzt. Taktik. Das klappt einfach mit allen Sachen. Ast rein. Komm schon. Gib mir das gar. Das ist eine Auf. Wow. Okay. Was ist denn hier passiert? Echt wieder einsteigen? Geht das schon wieder los? Ich glaube, dem Heli geht es nicht gut. Ich sage es ungern, Freunde. Aber. Geht wieder. Let's go. Lasst uns Leute finden. Hey, da ist einer. Boah, ich habe überwärts. Oh Gott. Heli ist auf meinen Kopf gefallen. Verzeih für die Wannabibi Gang. Schwört aus. Findet Gegner. Was macht ihr denn? Wo lauft ihr hin? Ist der einen gesehen? Hä? Der soll mal denken, dass ich das nicht bin. Es klappt. Er ist drauf reingefallen. Hey, da ist ja noch einer. Hau rein. Was geht hier ab? Hey, da ist C4. C4 geht immer. Hauptsache hier waren auch schon welche. Und hier ist noch einer. Okay. Und das ist kein Duli. Okay. Und der hat natürlich die beste Pampe. Was geht denn hier ab mit den Leuten? Oh no. Den schaffe ich niemals mit der AUG. Ich brauche die Gang. Die müssen mir helfen, Freunde. Es klappt. Er checkt es nicht. Ich habe den Schwitzer. Alter. Nein. Das hat noch mehr Schwitzer angelockt. Ich weiß, was ich mache, Freunde. Ich weiß, was ich mache. Oh oh. Oh oh. Wir haben keine andere Wahl. Das ist das Einzige, was hilft. Prankt der uns gerade oder ist da wirklich einer? Nein, da ist wirklich einer. Komm schon. Ich hoffe einfach, der ist da nicht mehr. Wenn doch sind wir geliefert. Nein, ist der weg? Okay, da schießt ein anderer auf mich. Das kann nicht wahr sein. Warum sind die alle hier? Da war doch einer. Ah, okay. Jetzt ist wieder ein bisschen Hobby los. Wer von euch will Stress haben? So kleiner, ekliger Schwitzer. So kleiner, ekliger Schwitzer. Ich habe schon wieder eingekillt. Das gibt es gar nicht. Ich spiele bald nur noch mit dem Helikopter. Da ist ein Drop. Nein, da ist ein Drop. Warum kommt denn jetzt schon ein Drop runter? Er ist mitten im Pleasant Park. Wie soll ich den denn kriegen? Jetzt ist alles egal. Wir gehen einfach all in. Wir müssen nichts verlieren. Oh mein Gott. Da ist einfach eine goldene Waffe drin. Ich hatte noch nie eine goldene Waffe drin. Okay, ab geht's. Oh oh. Dann macht er hier voll auf High Ground. Oh nein, er kommt. Hallo. Warum hat denn jeder mal eine Park dann dabei? Okay, neue Taktik. Ich hau ab. Das ist ganz einfach. Wir machen es ganz einfach. Wir verpüßen uns einfach. Ciao. Oh boy. Was sind denn das für Gegner heute? Es schießt schon wieder einen auf mich. Das ist nicht immer noch der Typ, oder? Das kann nicht wahr sein. Das ist immer noch der Typ. Baumverehrer 618. Alter. Warum verfolgst du mich? Wow. Wer schießt denn jetzt schon wieder auf mich? Ey, das gibt's nicht. Jetzt kommt hier auch noch ein Boot. Er wollte mich platt fahren. Der wollte mich platt fahren. Was ist denn mit dir los? Was hat denn der schon wieder genommen? Und jetzt macht er meine Taktik. So nicht, mein Freund. So nicht, mein Freund. Das ist meine Taktik. Den holen wir uns. Gibt's hier auch irgendeinen, der nicht so gut bauen kann? Und jetzt mischt sich wieder einer ein. Ich hab keine Mets mehr. Das Geile ist, wir können halt immer abhauen. Immer abhauen. Es gibt kein Gesetz, das sagt, dass wir nicht abhauen können. Ciao. Hau rein. Och, nö. Verfolgt der mich denn? Dude, ey. Das klappt schon wieder. Schon wieder abgehauen. Ich hab ja Medikits dabei. Das Gute ist, dass ich wirklich das Medikit von gerade mitgenommen habe. Man erinnert sich, das lag da. Äpfel. Äpfel. Ich esse kein Äpfel. Gibt mir mehr Äpfel. Und der schießt schon wieder einen auf mich. Ich bin geliefert. Ich bin so geliefert. Das Gute ist, Freunde, hier ist ein Trampo. Und wir können einfach wieder abhauen. Mal wieder. Zum dritten Mal heute. Astrein, da ist ein Bandigan. Puh. Was ist denn hier los? Lol. Wir haben einen Double Kill gemacht. Das kann nicht wahr sein. Einen ganz, ganz leckeren Double Kill. Ich hab einfach den Grappler und die müde Ska aus dem Spiel genommen. Sieht euch mal diesen Loot rein. Warte mal. Es sagt doch keiner, dass ich den Grappler nicht mitnehmen darf. Den kann ich doch mitnehmen. Das ist ein Game Changer, Freunde. Jetzt haben wir eine Chance gegen den da oben. Was ist mit dem hier los? Ey, er macht überhaupt so Auge. Ich muss es opfern. Ich hab keine Wahl. Boah, ich hoffe nicht, dass der noch da oben ist. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß auch nicht, wo der letzte ist. Links ist einer, rechts? Nein, ich hatte ihn fast. Der wäre fast down gewesen. Und den hab ich auch schon wieder gecrackt. Was macht der jetzt für einen Move? Nein, der will den High Ground. Freunde, wir brauchen den High Ground. Ich glaube, es klappt. Alter, der geht ja richtig herab. Der ist runtergesprungen. Jetzt geht's ab. Eins gegen eins. Und der weiß, wo ich bin. Weniger gegen Auge. Jetzt kommt's drauf an, Freunde. Jetzt wird's ungemütlich hier. Kennt ihr den heißen Stuhl? Ich sitze da gerade drauf. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und wir haben gewonnen. Oh man, let's go. Weil wir die Heal Gun dabei hatten. Warum müssen diese Challenges immer so anstrengend sein? Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.